ja wir sind hier gerade in aquila wir haben gerade die ganzen dungeons gemacht damit wir endlich zum tartarus kommen ne tartarus ich bin immer noch ratten scharf auf das göttliche amu da hat sich nichts geändert auch von zahl dafür gar kein verständnis hat weil das amu ja wohl nicht mehr so gut ist aber ich will es einfach aus prinzip haben weil ich es einfach geil finde und wenn ich es habe wie ich es auch immer tragen auch wenn die werte dadurch schlechter wären es ist mir egal ich war bestimmt schon 500 mal diesen tracks dann schon drin und ich habe den nicht bekommen und ich will ihn einfach haben und ich war einmal mit feli da drin und die hat es beim ersten mal bekommen allein wir gehen da jetzt rein und ich gehe da jetzt zum zweiten mal rein und ich ich habe einen steinblock gefunden war jetzt noch mal kein pvp gemacht habe dann war ich hier drin der eis der macht direkt so ein riese der betreibungsblocker gemacht ich heiß na der eis der darum rennt das klagen wir finden so machen wir direkt rein weil wir sind sehr fleißig wir machen momentan urlaub deswegen können wir das geben der auto sieht halt immer noch so aus du siehst aus wie frisch von der pyjama party der edel prostituierte war nein das ist schon gut aus ja dann sagt er jetzt aber der nennt mich sachen hinter den kulissen der ist ja pvp lehrer der hatte noch nicht mal klingen verstärker gelernt also in pvp braucht man das auch nicht nein geht einfach vor mir rein der anfänger fehler den der zahl öfter mal macht hier ist einfach nur lahm der ringi zahl ist übrigens auch dafür bekannter der klingel sammelt und unikat aufbaut ob er schon zwölf mal hätte sie angreifen wisse ich sag jetzt einfach gar nichts mehr gino spezial warum denn pizza fisch mehr kauft doch asiatisch da kriege ich ganz bestimmt der rüder heißt die ja die ja hier heißt die ja ich habe eine frage wir wollen mal testen was du so fangen die sandwich toast oder toast sandwich fange ich an damit ja ich wollte gucken weil vielleicht ist ja so einer der sagt toast sandwich ich sage euch wieder geschrieben kurz ja glaubt schon kurz mal bitte alle rr h die ja hier ja hier die ja wie hier ja ich sage los ich sage euch mal eins okay ja spitze ohren wie meine seele sieht ja ich war damals hier mit den us schon mit der else drin und jetzt haben hier einen streit es ist man muss gleich irgendwas suchen hier ja ich habe ich stand einfach hier ich stand einfach hier und habe nichts gemacht die hat mich angemeckert und hat gesagt ja ich muss ja selber suchen musst du auch besuchen die blick nicht aggressiv geworden ja weil der ist immer so ist so los ich stand einfach nur hier ja anstatt mal zu gucken ist auch dein wohnzimmer so ein bisschen holz rum liegt ja ist einfach faul period und dann wollte ich gucken ich glaube ich glaube die wege in land sagt die da war doch schon ich provoziert mich halt aber ich habe mich auch immer entschuldigt für solche ausfälle ja bis heute steht hier wieder nur rum ich habe auch eingeholt ja siehst du dann ich dann weil ich meine der steht dann und guckt so wie ich dann einsammel ich habe auch was getan herum gestanden und uns seelischen beistand geleistet ich habe gesprochen mit den menschen mit dem menschen solche mit dem viech da ich hier der fluss erinnert mich so sehr an herkules hat immer wenn man so einen drink eingesammelt hat herkulade der alex lässt sich aber auch nicht mehr so aufblicken mit dem fahrrad neues der vergessen hat er nicht er halt mich denn bitte mal elsa wir haben pizza venezia mit thunfisch aber du hast ja gar kein leben mehr lustig hau die scheiße aus den raus ich gebe mir mir gibt alles zwar wenn er jetzt kritisch ist ein geier paket hier ja da gibt alles wenn ich jetzt kritisch habe ich videobeweis ich habe noch ein paket immer noch das von nick muss ich gleich mal öffnen von ja ich habe eins gekommen da war nur scheiße drin man kann nur ein blitz ich habe da auch von nick bekommen von blitzblut oder wieder heißt genau ja warum ist ja nicht tot und viel leben hat der da hat was nicht gekriegt doch 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 sehr schade er hatte den ich 15k ach ja der 19k hat ruf ich mache noch enttäuschen und schon machen wir auch mal was du machst ja gar nichts machen wenn ich mal ein ding die tino rum ich habe die ganze zeit die klinge gegeben und den flint oder du hast mir eine klinge gegeben und ein flint ja du hast nicht gekriegt ist ja wohl wieder gleich tot wow ich bin tot ja rindner halt halten nichts auf also halte mich noch mal kurz da muss da musste raus schneiden obwohl manchmal der halte ich genau noch in der runde endlich hat er mal was gebracht der zauber jedes mal rege ich mich darüber auf weil er einfach nur zeit kostet ja dann kriegt leider zur falschen zeit am fall du hast nicht gesagt weil ich kriegen muss doch in der runde wo du hast du nicht gesagt wurde um was ging hast du nicht gesagt ja ja auch videobeweis ok trusspreis kriegst du warst du hast du dich doch schon sie ist an ihr an ja wenn ich jetzt den weber lerne habe ich nicht gelernt muss ja dann blitz nix dankeschön für das pack ich mache auch eins auf keinen rucksack jetzt wieder los mit dem scheiß pack kaufen kein platz mehr immer auf die andere seite und manchmal die beiden ich kenne die anderen beiden nicht dass wir hier beiden von mir immer auf auf eins und zwei ja du musst die schriftrolle und dann das schwänzchen ja krieg ich dahin ist doch kein problem löwen und dings zack 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 ich war ich bin so gut ich bin so gut im labyrinth zack ich habe eine frage ich weiß gar nicht mehr wo ich muss ich bin los gerade ich sammle den gerade ein hier reparieren ohne ich finde ihn nicht eigentlich ich habe habe eine urne gefunden ich habe schwanz gefunden ich sehe die nicht okay weil ich die namen ausgeblendet habe nicht sagen ich habe einen schwanz gefunden ja aber das sieht kurz aus dass einfach so eine blumen die wackelt hier schwänzchen da müssen wir hinterher noch machen ja da kann ich nicht einfach die eingesammelt warum liegt hier nicht ich sag mal seid ihr eigentlich die eingesammelt hat ich habe auch eine gesammelt ich gehe jetzt bei der nächsten rein wie soll ich den schwanz dann hier aufheben oder warten und hier ich habe noch mal eine gute frage und diese beiden die spielen seit fünf sechs jahren hier wie heißt es hat gesagt nein wollte er sagen leute um mein gott die kennen sich mit dem spiel überhaupt nicht aus da muss ich mir so ein auto gut kommen und den zeigen wie die aufgabe geht das mache ich jetzt mit dem spannen bei mir war es gehen erst mal nicht besser die urne ich habe die urne schon er da musst du raus wieder also pass euch wir lieben dich auch und dann wenn du die hast liegt die davor hatte ich mache jetzt links und das schwänzchen einsammeln ja warte der ist weg warte ich muss nichts machen so chaotisch schnell jetzt schwänzchen ja jetzt bin ich weggegangen jetzt gehe ich wieder bei 1 rein ich bin da wo ich meine dann kommt ja wie fertig hier ist auch noch ein schwanz was hat jetzt oder wie ja muss mir nur ein schwanz finden warum lacht ihr kommt jetzt nicht der hund pass auf der will ich gefütter wenn der will ich essen ihr denkt wie ich wir haben falsch gedacht jetzt wieder aber der wund gerne schöne grafik wie der hund wie der hund bei harry potter der schöne augen und jetzt ist er da der hund hätte es geteilt weniger wein was ist mit euch was haben die für regeln ich gehe mir eine 30er klinge wir dürfen nur eine falle auf den feuer machen ok ok hast du peitsche dabei naja doch wenn sie peitsche was kommt noch alles hier wow der hat einfach drei warum haben die so viele schilde ich gehe auch aufheben da aber ich habe auch gut gut es wird ja jetzt schon wieder ekelhaft hier und das noch nicht mal der endgegner ne ich weiß gar nicht wie viel hier sind noch dafür kriege ich nachher das amulett nene doch doch ich hoffe einfach dass sie es kriegt weil sie geht hier schon seit fünf jahren rein schwänzen auf peitschen auf auf einmal durch war ja alles weg ist ja in die jugend frei obwohl muss halt sagen wir von welchen schwänzen wir reden ja vom löwenschwänzchen im tatarus man versteht warum was macht er weil ich kann mir die zahnbürste nicht so weit hinten wenn ich meine ach du christian würde ich muss mal so lachen dann einfach morgens wenn ich mich lassen wenn ich mich zähneputzen hat die lacht mich sogar aus wenn ich mir die hände verbrennen wenn ich eine wärmflasche oder so machen die lacht mich immer aus kann ich kann zeigen wie ich lache da geht aus wirklich als die leute sehen ich gleich noch richtig weinen wenn ich nämlich das ammuzi und du nicht dann sehe ich mich nie wieder dann sehen wir die nur wie die die kamera kaputt schlägt aber tatsächlich ich glaube wir kriegen alle nicht nein da ist es einfach zu selten ihr müsst dran glauben also mir ist egal ne solange ist alles in ordnung wenn keiner das kriegt ist auch okay damit kann ich leben hallo wir sind jetzt bei hd ist okay ein da ein da wenn die rhein ich bin drin okay dachte er jetzt okay aber was machst du ich habe schon wieder vergessen was wir machen müssen wird ja auch nicht enttäuschen erfahrt ist oder zeus dann ich habe zu sein und ich gebe dir eine 35er klinge ok und kurz bevor zacher haupt masse massen prisma wo ich jetzt mal ziehen ich kann ja nichts machen dann bin betäubt zwei runden fassen seid ihr eigentlich scheiße ach wann habe ich das hier vermisst vielleicht hat schon so alles sehen was macht er denn da schaden ich halte ich jetzt ja guck erst mal der tampet kriegs dann goldenen ach dann hole ich halten seltener ich mache jetzt einfach peitsche ok soll ich jetzt schon prisma machen nene nächste ich habe noch ein 70er flind auf jeden die mann der nächste 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 auf den hat es ja 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 ich weiß bräuchte auch noch eins ja ich mache mach mal was macht er da was ein prisma neder kann rad und text finale jetzt die wird die jobs nimmt euch jetzt bitte kurz weil durch mein akku ist gleich leer von meinen kopfhörern ja das ist halt so kann ich nicht einen aufladen so lange nicht keine ahnung wie das doch das geht da wechsle ich gleich zu beten dass ich dir jetzt kille auch das reicht ja für poseidon werde ich mir nicht sicher wobei ich habe eine feische das ist ein unrealistisch hat das jetzt nicht gehen und er hat steigt in die sie ja okay doch das killt gut lager von gut lag ja sage ich doch ja jetzt kriegen wir kein göttliches amt zu schwachen hallo ich will ihm hat er noch nicht mehr viel dann war das habe ich hast du noch massenprisma natürlich ich bin gut vorbereitet habe ich noch eins drauf ich mache ich sagte er und wer und kriegt das weg gleich und stehen die unsterblichen sind unfehlbar aber die beiden sind doch schon gestorben die kommen nach drei runden wieder das wäre schon schlimmen früher konnte man ja die beiden noch umgehen mit einem gewissen programm das kämpfen es geht nicht mehr als cheater da ist aber auch bei uns nicht und bitte nicht aufgeben wie auch ja ich muss jetzt hier mit hauen meine kopfhörer ich schaue ding ist großer schirm drauf oder ja ja mach mach einfach haut den russen sturm drauf überhaupt jetzt aber das schaffte nicht viel glück hoffentlich kriegen wir alle das göttlich du schaffst du nicht doch ich schaffe doch easy der macht von johanna blitz ich brauche ich guck roms lag viel spaß viel glück und 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 weil wir elisa jetzt kommt noch so ein scheiß das ist etwas wie wenigstens etwas ja irgendwas auch rüstung oh gott hatte ich starb habe ich bekommen ich habe einen hut und so krass des senators aber nur das hat dann richtige die schuhe ich gehe zu trufen ich habe die tue zwölf durchschlag oha aber war sich start habe ich gerade schon bekommen habe den helden ich habe einen schmutz bekommen ja aber einen falschen ich weiß gar nicht welchen ich habe schwarz donner bekommen das hut bekommen ja sturm amulett macht aber denn deine aufnahme an habe ich doch sie doch ich habe noch einmal noch eine nachricht für die leute ist ja nur vier mal scheiße ich habe mit der dings verkackt voll eigentlich noch nach hat ich habe 20.700 zu not lade ich jetzt auch auf kronen nichts ich pay da rein jetzt ich möchte das nicht mehr öffnen ich mache das nicht mehr auf dem arbeit ist der weg gehen hier bringt unglück ich gehe nicht weg dort ganz ein bisschen ich komme ich will ich schlage kronen auf dort immer dort immer weg da und lieber die hier an kronen einwerfen nichts hat es starb in den habe ich aber komme ich habe nicht für mich mal ein rüstungsteil bekommen kronen einwerfen senator kronen einwerfen amulett amulett des göttlichen einflusses gar nicht was ist das hör auf damit boah dann hast du nicht bekommen ist das richtige oder was der zimmer an ich habe noch mal eingeworfen kataros lied hey mach mal ein limit ich habe bei 20.000 aufgehört schwarz donnerrüstung nichts mehr ist das richtige was schwarz donnerrüstung die man amulett ist dann auch das richtige was anfangen ja aber das amulett ist doch das richtige oder nicht die göttliche einfluss hör auf mal so ein scheiß zu labern hallo war da habe ich verpasst er verarscht mich die ganze zeit dass er das göttliche hat ich habe irgendwas mit einfluss er hat sie heute mittag gesagt habe wieder heißt sie dann an sonst kommen wir dann muss immer bei dem gucken und ich muss eben die sachen dann löscht den mensch war er lügt er hat das nicht ich hatte ihn auch irgendwo und schuhe bekommen ich habe so einen hut gekriegt senator ist der richtige gut ist hier ich kann die sachen hier der da ist der richtige gut und die richtigen schuhe ich fand ich immer so schön ok wenn ich mal der nächste was habe ich denn noch gekriegt hast doch auch fast mit schwarz bekommen dann über das das richtige schwarz donnerrüstung ja ich habe die zweimal bekommen sehr ausser als würde ich gleich zur einschulung gehen die roh war und ich habe noch poseidons fluten schuhe das ist falsch ne ich will ja zieh mal an göttlicher an kann ich mir bereit sein oder so dann hat es ja auch noch lang gerade ist warte ich muss mir die oma an nein die ist besser als eine jetzige aber man macht neuen schaden ja egal egal ja das ist dies besser warum ist sie besser weil die fast so gut ist wie meine ja aber dann ist ja nicht gut das heißt ja nicht das ist die beste für sturm ok da nehme ich den also wirklich aus diesen amulett muss ich noch anziehen ja ok hat sie an das glaube ich ihm nicht ab an wie er lacht der mikro nimmt das nicht mal auf seiner lache gerade so laut das hat man nicht mehr gefällt die hocken hier alle ja gut leute das war ja ich war schon bei 600 150 kronen einwerfen harte starben noch mal gut ich hoffe euch hat jetzt hier gefallen wir hatten leider kein glück obwohl rené hatte ja jetzt ein bisschen glück mit der rüstung ich hatte pech wir werden aber nicht aufgeben ich werde hier noch öfters reingehen auf jeden fall bis zum nächsten mal tschüss ich bin und habe kein glück